Junge, Vollgas. Guck mal hier. Hallo. Sorry? Sorry? Inglis? Jetzt kommt hier noch eine Polizeikontrolle in Belgien. Bonjour. Guten Tag. Führerschein und Fahrzeugpapiere hätte ich gern. Irgendwas illegal am Motorrad. Ihr müsst Schutzkleidung tragen. Equipment? Langärmlich und lange Hose. Handschuhe und Stiefel. Really? Ja. Mach bitte die Kamera aus. Ja. Ihr müsst alle Papiere dabei haben. Wenn nicht, nehmen wir die Motorräder mit. Keine Papiere. Keine Motorräder. So, wir stehen jetzt hier. Unsere Bikes werden mitgenommen. Da ist Olli. Er kann es noch nicht glauben. Ich wurde stillgelegt.